Musik Danke für meine Rettung. Was geht hier vor? Schon gut. Ich sagte doch, Nia kümmert sich darum. Ich sage, Nia kümmert sich darum. Ich sage, Nia kümmert sich darum. Wie gesagt, ich werde mich selbst darum kümmern. Oh, bist du mit der Untersuchung... hast du was gefunden? Genau darum sind Fremdlinge... Was hat die Miliz gesagt? Ich hätte nicht gedacht, dass du so schnell antwortest. Ich glaube, es ist derart. Ab jetzt musst du vorsichtig sein. Hier. Gut, du hast es hierher geschafft. Allein beim Gedanken an diese schrecklichen Dinger im Schiffswrack, dass mir kalt den Rücken herunter... ...dämonen, oder doch etwas anderes. Vielleicht seltsame Monster aus dem Meer. ...dämonen, oder doch etwas anderes. Das Vulkangebiet ist etwas heiß. Der Orea ist immer noch aktiv. ... 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 Der Sturm wird schon wieder stärker. Der Sturm wird schon wieder stärker. Die Matriarchin? Wer weiß. Sie ist wahrscheinlich gerade unter... Lay-Lay, Fremdling! Hm, schon im Buchladen gewesen? Hm, ich sehe sie da ständig in Notenbüchern lesen, wann immer sie Zeit hat. Wer bist du? Ob ich die Matriarchin gesehen habe? Sie müsste mittlerweile am Altar der Harmonie sein. Suchst du den Altar der Harmonie? Ich fühle mich immer noch sehkrank. Hey, warte! Die Matriarchin bringt derzeit am Altar Gebete dar. Gut, du darfst jetzt eintreten. Gut, du darfst jetzt nicht mehr so sein. 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 Mutter aller Dinge, bitte führe und beschütze deine Kinder vor Unheil. Lai Lai. Genau wie es in diesem Buch steht. Was soll ich nur tun? Danke. Wirklich. Zu dieser Tageszeit genießt Shana wahrscheinlich irgendwo den Blick aufs Meer. Oh, ich fühle mich immer noch gut. Lai Lai. Oh, Mia hat immer so viel zu tun. Pass auf, dass du die Materialien... Pass auf, dass du die Materialien... ...ich hast du die Materialien... ...ich kann nicht mehr so viel zu tun. Ich weiß nicht, dass du siehst. Das ist ja so, dass du siehst. Ich weiß nicht, dass du siehst. Aber es ist auch ein Typ. Ich weiß nicht, dass du siehst. Ich weiß nicht, dass du siehst. Aber es ist nicht so. Neue Farben. Du. Wer... bist du? Mia? Ich bin... mit meiner Arbeit fast fertig. Und? Gefällt dir das Meer? Soll ich dir meine Aufgaben zeigen? Okay. Und? Untertitelung des ZDF, 2020